Wer über Balthasar Gracián redet, kann eigentlich gar nicht umhin, zuerst einmal zu erwähnen, wie wirklich erstaunlich seine Popularität ist, wenn man von Popularität reden kann. Eine Popularität oder eine Bekanntheit mindestens auf drei Ebenen. Einmal ist sein Name Balthasar Gracián und auch der Name seines bekanntesten Texts, das Oraculum Manual, auf Deutsch Handorakel, im Bildungswissen vieler Kulturen präsent. Auch wenn Leute das Buch gar nicht gelesen haben, aber sie haben den Namen Gracián gehört oder sie haben vom Oraculum Manual gehört. Zweitens ist das Handorakel vor allem, mehr noch als andere Texte von Gracián, über mindestens zwei Jahrhunderte, jetzt schon seit dem frühen 19. Jahrhundert, Text selbst stammt aus dem 17. Jahrhundert. Ein Text gewesen, der immer wieder Leser direkt erreicht hat, auch in Übersetzung. Ich selbst habe eine Übersetzung des Handorakels ins Deutsche im letzten Jahr geschrieben, mit der Hoffnung des Verlags, des Reklams Verlags in diesem Fall, dass man mit dieser Neuübersetzung, mit dieser Neuauflage weiterhin viele Leser erreichen kann. Und dann gibt es drittens, und das ist speziell, ein Status von Gracián und vor allem vom Handorakel, als ein intellektueller Geheimtipp in Deutschland, auch seit dem frühen 19. Jahrhundert. Schopenhauer war begeistert von dem Text und hat ihn wenige Jahre, nachdem er Spanisch gelernt hatte, vielleicht hat er deswegen Spanisch überhaupt gelernt, ins Deutsch übersetzt, 1832. Nietzsche war begeistert von Gracián. Wir wissen nicht genau, welche Texte er im Westen kannte, aber sagte einige Male in seinen Werken, dass Gracián allen Denkern seiner eigenen Zeit überleben soll. Walter Benjamin schenkte in den späten 20er Jahren ein Exemplar der Übersetzung des Handorakels von Schopenhauer seinen Freund Bertolt Brecht zum Geburtstag. Und wir wissen, dass Bertolt Brecht dieses Buch mit ins Exil nahm, intensiv las, wie man an Unterstreichungen sehen kann. Der große Literaturwissenschaftler und mehr als das, Werner Krauss, hatte in der Todeszelle in Plötzensee, 1943 bis 1945, Er war bei Protesten gegen das Nazi-Regime verhaftet worden und zum Tode verurteilt worden. Er hatte in der Todeszelle im Plötzensee ein spanisches Original des Handorakes, das man dorthin geschwuggelt hatte. Und nachdem er in der Todeszelle ein großartiges Buch über Gracián schrieb, wurde dieses Buch veröffentlicht, 1949 mit dem Kommentar in der Einleitung, dass er ohne dieses Buch die Zeit in der Todeszelle erst nicht exekutiert wurde, und nicht überlebt hat. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ausgezeichnete, inspirierte deutsche Intellektuelle gegeben, die sich auf Gracián konzentriert hatten. So unseren Kollegen Helmut Lehten, der zum ersten Mal die für mich sehr eindrucksvolle Intuition hatte, dass es die Kälte der Graciánischen Reflexion ist, die Leser fasziniert. Diese Popularität, und ich habe von drei Dimensionen gesprochen, es gibt sicher noch mehr Dimensionen, ist deshalb so erstaunlich, weil Gracián ja aus einer von uns sehr fernen Welt stand, der Welt der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, dem damals dekadenten Weltreich Spanien. Ich werde darüber noch reden, eine Welt, die uns durchaus fremd ist. Und weil Baldassar Gracián in dieser Welt ein strenger Theologe, ein strenger Jesuit, ein Starrprediger des 17. Jahrhunderts war, auch das ist nicht gerade unsere Mentalität heute. Die Popularität ist umso erstaunlicher, als es sich vor allem beim Handorakel um einen Text handelt, der sehr schwierig zu lesen ist. Und weil eigentlich das Handorakel uns keine Lebenshilfe bereitstellt, mit der wir heute irgendetwas anfangen können. Also eigentlich spricht alles dagegen, dass das ein Text ist, ein Autor ist, der uns heute im 21. Jahrhundert fasziniert. Und dennoch ist das der Fall. Ich habe nie so hart gearbeitet, wirklich in meinem Berufsleben, wie an dieser Übersetzung, aber ich war noch nie von einer Aufgabe so fasziniert. Und tatsächlich, wenn ich mit Freunden gesprochen habe, gibt es immer diese spezielle Faszination von Gracián. Deshalb habe ich mir gedacht, dass für unsere Diskussion mit Melanie Möller, Eva Goyle und vielleicht anderen, die unsere Diskussion zuhören wollen, es ganz interessant sein könnte, wenn ich einige provokative Thesen zur Diskussion formuliere, die diese spezielle Gracián-Faszination, diese unwahrscheinliche Gracián-Faszination und Popularität erklären. Ich weiß gar nicht, ob mir das gelingen wird, aber ich werde das in vier Ansätzen versuchen. Die erste These, komplexe These, bezieht sich auf den historischen Kontext. Vielleicht kann das Verstehen des historischen Kontext dazu beitragen, zu sehen, was uns denn in diesem Text interessiert. Dann werde ich in einem zweiten Ansatz über die besondere Form des Textes reden, die besondere Form des Handorakels, aber auch die besondere Form des Prosa-Stils von Gracián, auf den man sich in den Literaturgeschichten als Konzeptismus bezieht. Die dritte These ist etwas spezieller, meine eigene Idee. Ich glaube, es hat im spanischen 17. Jahrhundert einen spezifischen Status der Dimension des Raums gegeben, einen spezifischen kulturellen Status der Dimension des Raums, die auch einen Einfluss auf Gracián´s Denken hat. Also es geht in der dritten These um Verräumlichung des Denkens. Und in der vierten These möchte ich eben sagen, was es vielleicht für eine Affinität geben könnte zwischen unseren Problemen, unserer existenziellen Situation, Ende des Jahres 2020 und dem Gracián-Text. Also, zuerst zur historischen Situation und ich möchte die charakterisieren als eine spezielle kulturelle Konfiguration der frühen Neuzeit in Spanien. Wenn ich frühe Neuzeit sage, dann beziehe ich mich ideengeschichtlich, mentalitätsgeschichtlich auf die Zeit der Emergenz des Subjekt-Objekt-Paradigmas. Die Menschen verstehen sich kathesianisch, wie wir heute sagen, als Bewusstsein, als Bewusstsein, dass die Welt der Dinge von außen sieht, dass die Welt der Dinge von außen sieht und viel an dem, was überliefert ist, theologisch überliefert ist, aufgrund der biblischen Texte überliefert ist, einer kritischen Analyse unterwirft. Es ist die Zeit, könnte man sagen, diese frühe Neuzeit und ich nenne zwei Autoren, die eine Affinität mit Gracián haben, die Zeit zwischen Machiavelli und 1500, der Princip. Er ist eine solche Reflexion. Was könnte denn der Politiker für diese neue Zeit sein? Und auf der anderen Seite, spätere 17. Jahrhundert in Frankreich, La Rochefoucauld, dessen Aphorismen und Reflexionen eine Ähnlichkeit mit Gracián haben. Aber was ist zwischen Machiavelli und La Rochefoucauld spezifisch für Spanien und spezifisch für Balthasar Gracián? Ich möchte fünf Aspekte nennen. Einmal hat Gracián seine Gegenwart, er war nicht der einzige, aber emphatisch als Krise verstanden. Nicht nur als Krise, als politische Krise, als ökonomische Krise des spanischen Weltreichs, sondern auch als eine Krise der gesellschaftlichen Konventionen. Und er sagt im 280. von 300 Aphorismen seines Handorakels, der rechte Umgang ist am Ende. Verpflichtungen gelten nicht mehr. Es gibt wenig gute Wechselbeziehungen. Für den besten Dienst die schlechteste Belohnung. Das ist jetzt der allgemeine Brauch. Also Krisenzeit. In dieser Krisenzeit, das ist eine zweite Beobachtung, kann man als Subjekt, als reflektierendes Subjekt überleben. Aber Gracián verwendet nie, das hätte gekonnt in Spanisch in seiner Zeit, den Begriff des Subjekts, Sujeto oder Subjeto, sondern den Begriff Persona. Das heißt im allerersten programmatischen Aphorismus, alles ist schon voll entfaltet und das Personseine, El Ser Persona im höchsten Grad. Mehr wird heute von einem einzigen als früher von sieben Weisen erwartet und mehr braucht man in diesen Zeiten, um mit einem Menschen zurecht zu kommen, als früher mit einem ganzen Volk. Aber was genau meint Gracián mit Persona? Persona ist derjenige, der schwierige Situationen überlebt hat. Man wird zu Personen in diesen schwierigen Situationen, die man überlebt und die man überwindet. Und was lernt man in diesen schwierigen Situationen? Erstaunlicherweise, das geht uns eigentlich etwas gegen den philosophischen Strich und das ist meine dritte Beobachtung. Dass der Schein wichtiger ist als das Sein. Normalerweise sagen wir ja, das Sein ist wichtig, das ist die Wahrheit. Der Schein wird immer nur vorgestellt. Nein, Gracián sagt, man ist nur Persona, wenn man seinen Schein artikuliert. Wenn man, ja, so würde ich es formulieren, einen Platz in der Gesellschaft erobert. Darüber geht etwa der Aphorismus 130. Tun und sichtbar werden lassen. Das sichtbar werden lassen ist wichtig. Die Dinge gelten nicht nach ihrem Sein, sondern nach ihrem Schein, heißt es da ganz wörtlich. Wert haben und ihn zu zeigen, ist zweimal wert haben. Was nicht gesehen wird, ist als ob es nicht wäre. Also der Schein sich zeigen ist wichtig. Und dann viertens auch eigentlich überraschend für einen Jesuiten eine radikal säkulare Weise der Reflexion. Gracián hat ohne Zweifel keine Zweifel an der Existenz Gottes gehabt. Das ist nicht artikuliert, aber er schreibt in knappen Aphorismus 251, man muss die menschlichen Mittel anwenden, als ob es keine göttlichen gäbe und die göttlichen, als ob es keine menschlichen gäbe. Große Meisterregel, man muss keinen Kommentar anfügen. Er zitiert eigentlich an dieser Stelle, das ist überraschend, seinen Ordensgründer Ignacio de Loyola, der schon gesagt hat, man muss über die weltlichen Dinge weltlich nachdenken und über die himmlischen theologisch. Und dann als fünfte historische Beobachtung, für mich entscheidend, und ich gehe da auf eine Intuition von Werner Kraus aus dem Buch, das Werner Kraus in Klötzensee geschrieben hat, zurück. Man muss sagen, dass Gracián eigentlich gewiss kein Aufklärer ist. Das ist kein Aufklärungsdiskurs, ich könnte es am besten auf Englisch sagen, he stops short, auf enlightenment, trotz aller Faszination. Vielleicht ist das die Kälte von Gracián. Denn es gehört nicht zum Diskurs von Gracián, zur Rede von Gracián, über die Menschheit zu reden oder allgemeine Rezepte oder Normen aufzustehen. Seine Reflexionen, seine Gedanken beziehen sich immer auf singuläre Situationen und singuläre Probleme. Und diese singulären Probleme werden in ihrer ganzen Komplexität mit all ihren Widersprüchen durchgedacht. Jeder einzelne Fall muss durchgedacht werden. Das tut Gracián mit einer Brilliance, mit einer Konsequenz, die nicht nur mich beeindruckt, die nicht nur mich fasziniert. Und die, auch das möchte ich sagen, ganz weit entfernt ist von dem, was man heute so Standard Political Correctness nennt. Wo man immer irgendwelche ethischen Anweisungen bekommt, die im Namen der Menschheit gelten sollen. Also, soviel zu dieser historischen Situation. Eine Krisensituation, in der Gracián zur Person werden möchte, indem er einzelne schwierige Situationen, singuläre schwierige Situationen in all ihren Konsequenzen möchte. Und jetzt zur spezifischen Form des Oraculo Manual und zur spezifischen Form seiner Prosa. Warum heißt das Buch Oraculo Manual? Das kommt in sehr vielen Titeln des späten Siguriero und spätes goldenes Zeitalter in Spanien, ist frühes 17. Jahrhundert vor. Das bedeutet vielleicht so viel wie Entbergung. Also es geht um Reflexionen, die so objektiv sind, dass sie Gracián gar nicht als seine eigene Reflexion vorstellen. Also Entbergung der Weisheit vielleicht. Und dann zweitens sehr interessant ist das Architektiv Manual. Das hat Gracián speziell eigentlich im Sinn von Taschenbuch verwendet. Er wollte, dass seine Bücher, die manchmal unter einem Pseudonym erschienen, weil sie dem Orden zu säkular waren. Aber er wollte, dass seine Bücher und vor allem das Handorakel Bücher sein sollten, die man mit sich tragen konnte. Die einen praktischen Wert haben. Der Sand ist in der Hinsicht auch, dass er sich verbeten hat, dass diese Bücher mit Emblemata geschmückt werden. Das sollte wirklich der Gebrauchswert sein. Und dann, drittens, handelt es sich um genau 300 kurze Reflexionen, die man Aphorismen nennt. Gracián hat selber nicht von Aphorismen gesprochen. Das kann kein Zufall sein. 300 die Zahlen. Man sieht auch ab und an, dass an bestimmten numerisch hervorgehobenen Stellen etwa 250 oder 150 Aphorismen stehen, die Gracián offenbar sehr wichtig sind. Aber wenn man sich fragt, ob es eine Struktur in der Abfolge dieser 300 Reflexionen gibt, dann gibt es auf der einen Seite, ihr kennt eine solche Situation, zu viel Struktur, als dass man diese Frage aufgeben könnte. Und auf der anderen Seite nicht hinreichend Struktur, als dass man irgendeine Formel, so etwas wie einen gemeinsamen Nenner finden könnte. Also man begleitet Gracián in einem Rhythmus des Denkens, ohne je einen Schlüssel für dieses Denken zu haben. Und viertens ist dieses Denken und der Stil seiner Prosa ein schwieriger Stil. Man hat diesen Stil, für den Gracián in Spanien damals emblematisch stand, Konzeptismo gelangt, so viel wie Begrifflichkeitsstil. Gracián hat ein ganzes Buch über ihn geschrieben. Es ist ein Nominalstil, Stil mit wenig Verben, ein Stil der Substantive, der Adjektive, manchmal der Gerundien, die es im Spanischen gibt. Ein Stil der Ellipsen, sehr oft werden Coppola, also Sein, das Wort Sein etwa ausgelassen, schwer zu beschreiben. Man hat diesen Stil des Konzeptismo immer wieder mit dem Begriff Aguleza, Schärfe als Sprachform in der Zeit verwendet. All das hilft nicht sehr weiter, aber es gibt bei Gracián den Gedanken, und das ist wichtig, dass es erst die Form der Sprache, in seinem Fall die Form der Prosa ist, die den Reflexion Substanz gibt. Man gibt den Reflexion Substanz, das heißt, die Reflexion, die Gedanken sind nicht von der Form der Prosa, von der Form der Sprache zu trennen. Und in diesem Sinn, das war für mich vielleicht der direkteste Eindruck bei der Übersetzung, bei der Arbeit am Text, hat man gegenüber diesem Konzeptismo und gegenüber dieser Agudeza immer einerseits das Gefühl, dass man in die Reflexion von Gracián mit einbezogen wird, aber dass ein Gracián immer schon voraus ist. Ich lese dazu einmal den berühmten Aphorismus 13, den ganzen Aphorismus, das ist eine relativ lange Reflexion. Die geht eigentlich über das, was man heute in der Soziologie doppelte Kontingenz der Interaktion nennt. Und man kann da sehen, wie sich die Komplexität immer steigert, wie man sich anstrengen muss, um Gracián folgen zu können. Eine Schlacht ist das Leben des Menschen gegen das schlechte Menschen. Es kämpft der Scharfsinn mit Strategien der Absicht. Nie tut er das, was er vorgibt. Er visiert ein Ziel nur an, um zu täuschen. Er macht gekonnt aussehende Luftstreiche und tut, immer zu überspielen, bemüht das, woran niemand gedacht hat. Eine Absicht lässt er sichtbar werden, um die rivalisierende Absicht zu binden und kehrt ihr dann den Rücken, um durch das Nichterwartete zu sieben. Doch aufmerksam kommt ihm durchdringende Intelligenz zuvor, das ist jetzt die andere Seite der Gegner, lauert mit Reaktionen auf. Versteht immer das Gegenteil von dem, was sie verstehen soll und erfasst jede Täuschungsabsicht. Sie lässt alle erste Absicht ins Leere laufen und wartet schon auf die zweite oder sogar auf die dritte. Wenn Verstellung ihre Kunst durchschaut sieht, wird sie stärker und versucht mit der Wahrheit selbst zu täuschen, jetzt im Bild auf der ersten Seite. Sie stellt ihr Spiel um, indem sie ihre List umstellt und das Nicht-Fingierte fingiert erscheinen lässt. Also die Finte in der größten Aufrichtigkeit. Auftritt die Beobachtung mit ihrem eigenen Scharfsinn und deckt die vom Licht verkleidete Finsternis auf. Sie entziffert die Absicht, welche je einfacher, desto altlistiger ist. Also man sieht, es ist sehr schwer zu folgen. Man hat das Gefühl, wenn man noch einmal langsam liest, kann man sich anhängen an diese Reflexion vom Grafian. Es ist klar, dass es die sprachliche Form ist, die dem Gedanken Substanz gibt. Aber es ist klar, dass der Rhythmus dieser Gedanken, die Komplexität dieser Gedanken fast immer etwas zu viel für den Leser ist. Aber das fasziniert vielleicht. Dritte These. Und keine Angst, die zwei letzten Thesen sind kürzer. Das ist zentral für mich, aber zugleich neu, denke ich, in der Grafian-Sekundärliteratur. Wenn ich einen eigenen Gedanken gehabt habe, dann den. Es geht um die Verräumlichung des Denkens im spanischen goldenen Zeitalter. Aber speziell bei Grafian und speziell im Hantorafen. Allerdings muss ich da für einen Moment historisch etwas ausholen. Man kann sagen, dass die spanische Kultur, die kastilische Kultur, müsste man genauer sagen, die aragonesische Kultur, eine jener Kulturen in Europa war, wo die frühe Neuzerat sehr früh begann. Fast so früh wie in Italien. Die katholischen Könige zum Beispiel Reyes Catholicos, also Isabel de Castilla und Fernando de Aragón, die Spanien zu einem Weltreich machten. Sie waren solche Subjekte im frühneuzeitlichen Sinn, bewusstseinsorientiert, in die Welt analysierten, beobachten, entschlüsse fassten, zu kalkuliertem risikofähig waren und so weiter und so weiter. Es ist interessant, als sich Machiavelli im Principe fragt, wer könnte denn heute schon so ein moderner Politiker sein, sagt er, wenn es überhaupt einen solchen Gibbon ist, dass Fernando de Aragón. Also, um 1500 ist dieser Moment der voll entwickelten, frühneuzeitlichen Mentalität in Spanien. Und der Nachfolger der katholischen Königin, der Habsburger, Karl V. von Deutschland und Karl I. von Spanien, aber auch dessen Nachfolger, Philipp II. von Spanien, sind genauso rational, aber beschließen rational, die weltpolitische Rolle der Gegenreformation zu werden. Und das bedeutet, mentalitäts- und ideengeschichtlich, dass über diese kathesianische, frühneuzeitliche Mentalität eine traditionelle, mittelalterliche Mentalität wieder übergestülpt wird. Eine Mentalität, in der es kein Subjekt und keine Persona gibt, sondern eine Mentalität, in der man Körper ist und in dem sich um den Körper Raum entfaltet. Ich glaube also, dass aufgrund dieses Entschlusses, die substantialistische Theologie wieder zurückzubringen, das spanische goldene Zeitalter ein kultureller Moment ist, in dem die kathesianische Subjektivität durch diese Räumlichkeit, durch diese Körperlichkeit komplexer wird. Und man kann eine solche Faszination mit dem Raum, in der spanischen Kultur jener Zeit, eine Geometrisierung beobachten. Zum Beispiel die Wahl der Hauptstadt Madrid, für die es keinen einzigen guten Grund gab, außer dem Eindruck, dass Madrid sozusagen das geometrische Zentrum der iberischen Halbungen ist. Oder die symbolistische Architektur des großartigen Königspalasts von Philipp II., dem Escorial, 100 Kilometer westlich von Madrid in den Bergen, sollte man unbedingt gesehen haben. Also wo sozusagen diese Doppelstruktur, Kloster zu sein und Schloss zu sein, in die Architektur eingeschrieben ist. Aber vor allem natürlich die Zentralität des Theaters in der Kultur des goldenen Zeitalters. Madrid ist eine Theaterstadt, weil sich im Theater, in der Form des Theaters, in der Räumlichkeit des Theaters eben Literatur räumlich artikuliert. Und in Bezug auf Gracián läuft das bei mir auf den Eindruck hinaus, dass man viele Stellen, wo man zunächst den Eindruck hat, er gebrauche räumliche Metaphern, vielleicht ernst nehmen sollte, wörtlich nehmen sollte. Ich möchte jetzt wieder einige Aphorismen zitieren, zum Beispiel Aphorismus 179, wo es heißt, eine Brust ohne Geheimnis ist ein offener Brief, wo es Tiefe gibt. Dort liegen die tiefen Geheimnisse, denn da gibt es große Räume und Ausbuchtungen, wo Dinge von Bedeutung versinken. Wie wäre es denn, wenn wir uns vorstellten, dass Gracián sich tatsächlich denkt, dass die Gedanken irgendwo tief in, im Körper stecken. Oder Reflexion Aphorismus 78, wo es heißt, der Dumme fällt immer mit der Tür ins Haus, denn alle Dummen sind waghalsig. Und dann heißt es da weiter, dagegen tritt die Wahrheit tastend auf. Aufmerksamkeit und Zurückhaltung sind ihre Vorhut, damit sie ohne Gefahr fortschreiten kann. Wer umsichtig sein will, darf keinesfalls vorpreschen. Selbst wenn ihm das Glück einmal recht gibt, ist es nötig, langsam zu gehen, wenn man große Tiefe befürchtet. Dann wird sich der scharfe Blick nach vorne tasten und vorsichtig den Grund erobern. Heute gibt es große Untiefen im menschlichen Umgang. Deshalb trifft es sich immer ein Senkblei in der Nacht zu fassen. Also wie wäre es, wenn man sich vorstellt, dass Gracián das wörtlich macht? Wenn man sich vorstellt, dass diese Gedanken durch die sprachliche Form tatsächlich ein räumliches Phänomen, ein substanzielles Phänomen sind. Und das würde dann bedeuten, und darum geht es mir eigentlich, wenn es auf der einen Seite immer um Singularitäten geht, wie ich gesagt habe, als ich über den historischen Kontext geredet habe. Also einzelne Reflexionen, einzelne Probleme. Und wenn diese Gedanken über die singulären Probleme immer verräumlichte Gedanken sind, dreidimensionale Gedanken sind, dann würde das bedeuten, dass Graciáns Reflexionen durch seinen Stil eine besondere Konkretheit haben. Denn ich denke, das genau meinen wir, wenn wir das Wort konkret, den Begriff konkret gebrauchen. Etwas, das auf der Schnittlinie von Singularität und Dreidimensionalität liegt. Und wenn man sagen könnte, so eigenartig das zunächst klingen mag, dass Graciáns Gedanken als singuläre und dreidimensionale Gedanken diese Konkretheit haben, dann kann man vielleicht so erklären, warum seine Texte einem das Gefühl geben, dass man sich an etwas festhalten kann, eigentlich an dieser Prosa festhalten kann. Was Kraus über seinen Umgang mit dem Oraculum Manual in der Todeszelle sagt, und es sind nur wenige Sätze, gibt diesen Eindruck. Es sind weniger die Inhalte als die Dimension der Prosa von Gracián, an der er sich festgehalten hat, vielleicht in einem wirklicheren Sinn, als wir das normalerweise annehmen. Aber darüber können wir diskutieren, das war vielleicht mehr eine Provokation als eine These. Vierte und abschließende These und am Ende möchte ich noch etwas zur Grundentscheidung meiner Übersetzung sagen. Das ist nun die These zu einer möglichen Affinität unserer Gegenwart, unserer spezifischen Gegenwart, der Gegenwart des frühen 21. Jahrhunderts zu diesem Text. Also, wenn ihr wollt, eine hermeneutische These. Diese Affinität scheint immer noch zu bestehen. Es war für mich sehr überraschend, wie viele Vorbestellungen diese Übersetzung der Reglernverlacht bekommen hatte. Wie viele Leute das Buch besprochen haben, welchen Platz ihm die Feuilletons einträumten. Und das hat nichts mit mir und meiner Übersetzung zu tun. Das ist Gracián und die Faszination ganz offenbar der Leute, die Gracián im Original oder in der Übersetzung gelesen hat. Also meine ich, es gibt eine vorausgehende These folgend, auch in unserer Gegenwart dieses Bedürfnis, diesen Reflex, sich an etwas festhalten zu können, etwas festhalten zu wollen. Nun glaube ich nicht, dass wir in einer Krisenstimmung leben, die der Krisenstimmung von Gracián, 1601 bis 1658, hat er übrigens gelebt, ähnelt. Ich meine eher, dass wir in einer Situation der Überkomplexität leben. Ich beschreibe das ganz gerne, der Gestalt, dass ich sage, wir sind auf dem Weg von einem Feld der Kontingenz als unserem Alltag hin zu einem Universum der Kontingenz. Feld der Kontingenz wäre mein Begriff für den Begriff der Freiheit, der den Bürgern seit den bürgerlichen Revolutionen garantiert ist. In Bezug auf die meisten Situationen kann man sich so oder anders verhalten, das ist die Freiheit. Aber es gibt Situationen der Notwendigkeit, wo es nur eine Möglichkeit des Handelns, des Verhaltens gibt und Situationen des Unmöglichen. Also wir können uns vorstellen, dass es so etwas wie ein Gegenwart gäbe, aber es ist den Menschen nicht gegeben. Also deshalb Feld von Kontingenz, das meiste können wir auswählen, aber es gibt das Unmögliche und es gibt das Notwendige. Ich glaube nun, dass in unserer Gegenwart, metaphorisch gesprochen, diese Pole des Notwendigen und des Unmöglichen schmelzen das sozusagen alles in unserer Existenz zur Kontingenz und das heißt auch zur Freiheit wird. Nur zwei Beispiele zu geben. Geschlecht war früher etwas Notwendiges in jedem Sinn. Wer mit bestimmten Genitalien geboren wurde, war eine Frau oder war ein Mann und daran war nichts zu ändern. Wir alle wissen, dass heute die transsexuelle Chirurgie am Beginn der Ermöglichung einer Wahlfreiheit in diesem Sinn steht und das ist großartig. Oder ein anderes Beispiel, das Unmögliche. Allgegenwart. Allgegenwart war ein Gottesprädikat, weil wir sagten, Menschen können nicht allgegenwärtig sein. Aber es ist nicht schon die elektronische Art und Weise, in der wir kommunizieren zwischen Berlin und Stanford etwas von allgegenwart ist. Nicht Wikipedia, so wie sie auf unseren Bildschirmen erscheint. Allwissen. Allwissen. Ich sage nicht, dass da schon alles erfüllt ist. Aber ich denke, ich habe erklärt, was ich meine, wenn ich sage, wir leben in einem Universum von Kontinent. Das bedeutet riesiger Freiheitsgewinn, aber vielleicht auch Überkomplizität, Orientierungslosigkeit. Das bedürft nicht sich an etwas festhalten zu wollen, was vielleicht noch gesteigert wird durch unsere elektronische Kommunikation, die eine Hyperkommunikation ist. Eine Kommunikation des Mannes an Substanz, eine Kommunikation der Kälte. Ja, und möglicherweise hat unsere Corona, unsere Covid-Situation das alles noch bestätigt. Also ich glaube, dass wir spezifisch existenziell in einer Situation leben, in der es dieses Bedürfnis gibt, sich an etwas festhalten zu können. Und ich glaube tatsächlich, das war zumindest meine eigene subjektive Erfahrung, ich bin sehr gespannt, was eure Erfahrung ist. Dass in dieser ganz eigenartigen Weise der Text von Gracián übrigens nicht nur das Handorakel zu uns spricht. Über all das sollten wir jetzt diskutieren. Ich habe nur noch eine Bemerkung zur Grundentscheidung meiner Übersetzung, weil ich natürlich sehr daran interessiert bin zu sehen, was ihr von dieser Übersetzung haltet. Zunächst, der Verlag wollte eine neue Übersetzung, weil die Übersetzung von Schopenhauer so alt ist, 1832 geschrieben. Aber ich muss sagen, gegenüber allen Kritiken, die Kollegen, romanistische Kollegen gemacht haben, die Übersetzung von Schopenhauer ist unglaublich gut. Ich habe in dieser Übersetzung keinen einzigen Fehler gefunden. Es gibt Passagen, wo man nicht genau weiß, was Gracián gemeint hat. Aber Fehler hat Schopenhauer sicher nicht gemacht. Es ist allerdings, und das war Schopenhauers Absicht, eine paraphrasierende Übersetzung, die sehr nah an Graciáns Text ist, aber manchmal größere Klarheit im Deutschen herstellt, als der Text von Gracián selber zur Verfügung stellt. Und das ist durchaus gerechtfertigt. Aber da ich glaube, dass die Faszination des Textes von Gracián für uns jedenfalls mehr aus dem Konzeptismus, aus der spezifischen Form seiner Prosa hervorgeht, als aus den Inhalten, die diese Prosa artikuliert. Aus diesem Grund habe ich die Entscheidung betroffen, hatte ich das Bedürfnis, hatte ich das Interesse, so nah am kastidischen Originaltext zu bleiben, ist zur Grenze der Unverständlichkeit hin, wie das irgend möglich war. Ich habe, und das ist problematisch, das Deutsche als Zielsprache durchaus öfter den kastidischen Originalen unterworfen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das geteilte Interesse an Gracián. Wie gesagt, jetzt möchte ich sehen, wie ihr auf diese Thesen reagiert und vor allem, was eure eigene Gracián-Faszination ist. Bei Apparatur Zuhören mit dabei zuerst die 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 schwer sinners, die in der Rechte den Achieß, the